Hallo und herzlich willkommen bei den Kralmanns. Mein Name ist Christian und ich zeige dir in diesem Video, wie du unangenehmen Geruch in deinen Schuhen mit einfachen Hausmitteln schnell los wirst. Bleib dran, gleich geht's los nach dem Intro. Trägst du deine Lieblingstreter, solange bis sie auseinanderfallen, oder machst die Woche vielleicht mehrmals Sport? Dann kennst du das sicher auch. Am Ende des Tages riechen die Schuhe einfach nicht mehr frisch. Mit diesen drei einfachen Hausmitteln wirst du unangenehme Gerüche los. Hausmittel Nummer 1. Backpulver. Ihr verteilt das Backpulver eines Päckchens in eure Schuhe. Das Backpulver zieht die Feuchtigkeit aus euren Schuhen und neutralisiert dabei schlechte Gerüche. Du lässt es am besten über Nacht wirken und am nächsten Tag schüllst du das Backpulver ganz einfach wieder raus oder benutzt deinen Staubsauger. Hausmittel Nummer 2. Teebeutel. Du trinkst gern Tee? Ich liebe Pfefferminztee. Schmeiße deine Teebeutel nicht einfach so weg. Am besten trocknest du diese gut und legst zwei Teebeutel einige Stunden besser über Nacht in deinen Schuh. Dabei zieht der Teebeutel die Feuchtigkeit aus deinem Schuh und hinterlässt einen frischen Duft. Bei mir nach Pfefferminze. Hausmittel Nummer 3. Schalen von Zitrusfrüchten. Die Schalen von Zitrusfrüchten enthalten viele ätherische Öle, was für einen frischen Duft in deinen Schuhen sorgt. Um den unangenehmen Schuhgeruch zu beseitigen, legst du einfach angetrocknete Schalen von Zitronen, Orangen oder Mandarinen für mehrere Stunden, am besten über Nacht, in deine Schuhe. Wenn du das Video nützlich fandest, dann lass gern einen Daumen nach oben da, abonniere gern unseren Kanal und aktiviere die Glocke, dass du auch in Zukunft keines unserer Videos verpasst. Vielen Dank und bis bald. Tschüss, die Kreilmanns.